Was für einen Schrott hat als Waffen? Das wäre auch mal so verkehrt. Schrotz? Habe ich eigentlich mein ganzes Geld, oder? Oh ja, ich habe mein ganzes Geld, cool. Das Gelf. So, ich habe eine neue Rune. Okay. Ah, ich kann schlitzen anstatt bestrafen. Warte mal, gab es neue Fähigkeiten? Ach nee, wir bleiben bei den Feuerfledermäusen. Ich schlitze jetzt, ich höre auf zu bestrafen. Mann, Donnerschlag, Donnergrollen. So, jetzt brauchen wir bald, jetzt müssen wir erstmal in den Keller vom Schmied. Dann suchen wir die Krone vom Skelettkönig. Obwohl, habe ich die noch hier. Leoix Krone, ich habe es beim Inventar, wir können schon weitermachen. Das so einfach wäre. Ach ja, wir müssen doch nicht alle da hochrechnen, wenn der andere hochgeht. Wir müssen da eh hin in die Mitte rein. Ach scheiße. Die Frau töten von ihm. Äh, retten natürlich. Du spoilerst gerade. Nein. Ich war schon jetzt hier bei der Quest, deswegen hat es mir schon gesagt. Ich überlege echt, ob ich mir noch die StarCraft 2 Collected Edition upgrade. Dann kriege ich nämlich die Flügel von Kerrigan. Ja, die sahen echt geil aus, fandst du nicht? Da war ich drauf geachtet. Die hatte der eine Kerl die ganze Zeit an. Weiß ich nicht. Außerdem sieht das so aus, wenn wir alle mit dem Blaupflügel rumlaufen. Nein, Gott. Die sind halt Aushilfsengel, was erwartest du? Ihh, die kotzt mich an. Stimmt. Du Blaup. So doof. Oh, das ist besser? Zwei-Handschwert schon wieder. Scheiße. Komm. Und das wieder setzt. Da alles tragen kann, der Hexen-Doktor. Auch noch ein Speer. Na, ich hab auch einen Speer in der Hand. Und wir alle einen Speer in der Hand? Nicht euer Ernst, oder? Ja. Ist auch ein Speer? Ach so Scheiße. Alle Flügel, alle Speere, oh Gott. Ah, halt, wir sind fertig. Nein, das ist nicht abgesprochen hier. Ach, wir sind richtig. Moment, warum blickt ein... Warum blickt ein das andere? Ne, das ist das Ausgangstor. Naja, findet ihr Friedhof? Das ist das Eingangstor. Wie ist schon richtig? Aber vorher nie so, deswegen. Oh, Champion, Champion, Champion! Noch nicht aus. Ach, meine Zombiehunde sind gar nicht mehr da. Warum sagt mir das niemand? Meine Zombiehunde sind nicht da. Äh, Scannern? Sind wir da? Eine Zombiehunde sind nicht mehr da. So sind wir da. Wo sind die kotztende Frau da hinten? Die Mutti. Die Mutti. Schmutti. Komm her Mutti. Lass mich dich umarmen. Komm her. Toll, was blau ist. Was habe ich bekommen? Neue Stiefel. Die sind... Wir haben keinen Zauber, oder? Ich habe gerade einen Zauberstab dabei. Ich benutze es um alle Heilbrunnen, weil es gibt nicht auch einen Erfolg, wenn man 2000 Heilbrunnen benutzt. Oh, cool. Oh, cool. Oh, ja. Ich muss mir abgewöhnen meinen Zombiehunde anzufackeln. Ne, Level ab. Was? Wieso? Wieso? Habt ihr mehr Level ab wie ich? Wo warst du noch eins? Vielleicht weil du vorhin einfach alle... Ihr wart vor mir im Keller, ne? Ne, ne. Erfahrung wird geteilt, aber ich wart vor mir im Keller. Ihr habt da schon ein, zwei Gegner getötet, bevor ich da war. Das macht aber erst auch nicht gerade... Das ist alles auch. Ne, das spielt später keine Rolle mehr. Das ist wahrscheinlich nur ein, zwei Level oder so. So, das warst du. Mitten ins Herz. Mit der Flammenfedermaus. Gib mir mein Herz zurück. Oh, was gäbe es? Was? Ach, wieder so ne Träne. Ich fall jedes Mal drauf rein. Und das ist jetzt. Kalisiert den Schrecken des ungefrorenen Landes und jagt zu Gegnern in der Nähe Angst ein. Ne, ich will mein Zombiehunde behalten. Mir jagts keine Angst ein. Mal so ne Frage nebenbei. Bei mir auf dem Bildschirm ist, äh, auf der Map ist ein Pfeil unten rechts, wo Mytha steht. Was? Ja, stimmt. Sieht ihr das? Und LipTor. Bei mir ist ne unten rechts der Mytha als Pfeil markiert. Ich bin hier oben beim blinkenden Kreis, wo wir hin müssen. Sehr seltsam. Mit, mit Waypoint. Ich kann noch nicht vor, ich seh nur noch Manstar. Er will keine Erfahrungspunkte, glaub ich. Nö. Neues Wissen hab ich, aha. Hast du halt, ja. Läuft, ja. Läuft, ja. Ich schände so lange ein paar Gräber. Da gibt's auch ne Erfolg. Da ist er ja schon. Ja, ja. Ja, ich bin, das ist dann Grabräuber oder dann letztlich, dass wenn du die ganzen, äh, den ganz da kaputt machst. Das ist dann. Reber. Oh, ein Gold noch. Der über. Warte, einfach ein Boss halt. Ah, na. Ach, hier, ja. Ach, hier, ja. Doch. Ach. Ach. Ach, meine Hunde noch hier? Ich glaub nicht. Äh, keine Handlung sind so viele Gegner gerade hier. Fühlte die. Wo sie hin? Und in der Ecke. Ach, da unten. Oh, was gäbe es? Blaues. Im Haltrang. Toll. Ja, sinnfrei. Was hab ich denn? Eine Armschäden, die hatte ich noch nicht. Jawohl. Was sind eigentlich für gelbe Kugeln? Da bekommst du, ähm, ähm, ja, so'n, so'n, so'n Buff quasi nur für eine bestimmte Zeit. Wächst nicht schneller. Ähm. Ach, der Ruhm, der Nefahle. Genau. Das ist der. Mach's mehr Schaden. Den, ähm, oh, blaue. Den Nefahlem Buff gibt's auch nicht mehr, oder? Wenn man Champion Packs tötet. Der sich fünfmal stackt. Ich glaub nicht. Zumindest können wir bekommen jetzt, die letzten zwei Tage. Oh, was gelbes. Eine gelbe Waffe. Und dann gar so wieder was gelbes. Oh, gelbe Beine. Gelbe Beine. Gelbe Beine. Wie man zum Arzt. Ja. Nein, das sind zwei Waffe. Ist aber doof. Bin ich denn hier? Seelangefäß? Ah, der ist schon wieder vorgelaufen. Ich warte hier am Seelengefäß. Da haben wir ein paar Seelen mit. Irgendwie scheint hier gefäß geworden zu sein. Gefäß siegt. Gefäß siegt, danke. Und los geht's. Oh. Oh. Eine Minute Zeit. Die ganze Zeit. Kommt keiner da jetzt. Ich hab keinen mehr. Ich hab keinen mehr. Da kommt einer. Ich hab keinen mehr. Wir mussten überleben. Wir müssen überleben. Wir müssen überleben. Ach so. Ja, das kriegen wir da hin. Die mit den 100, die kommen erst in Leroyx, glaube ich. Level 9. Yay. Ey, womit nicht Level 9 und ihr noch nicht? Was? So Hölle, wieso bist du so schnell? Hast du irgendwelche Items wie der Bonus XP gegeben vielleicht? Ähm, nö. Eigentlich nicht. Und gibt ja ITCG mit wie viel... Oh. 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 Das kann ich leider nicht tun. Lalalala. Brennt, brennt, brennt. So was gelbes. So, zwei gelbe Sachen. Geil. Ach, gelb und blau. Mal erst mal ganz kurz gucken hier. Ein Zeremonienmesser. Das nehmen wir doch mal gleich. Wir finden immer noch Schuhe. Schade, Zweihandwaffe. Verflucht. Leute, ich hätte gern Schuhe. Ich hab Schuhe mit 6 Intelligenz. Brauchst du welche? Intelligenz ist immer gut. Ich bin ne Mana Klasse. Schuhe. Oh. Neue. Neue. Dein Schuhe. Schaden erhöht. Oh. Hier hinten. Champion Pack. das ist ein toten gräber habe ich nun gut jetzt habe ich einen magischen dolch als einhandwaffe an der macht 20,4 schaden wenn ich jetzt dazu den sperr noch anziehe der sperr macht 10,2 schaden habe ich insgesamt nur noch 19,87 das ist ja seltsam ok ein bisschen strange ja und ich auch gerade wir brauchen jetzt ein ausgangsteleporter weil das hier nicht der richtige dungeon ist ist gerade noch mal nicht so weg seite hin lang hoch weg alles gut jetzt mal rechts genau level ab wo seelen ernt was macht das denn entzieht um gegner die lebenskraft und 30 prozent um 30 kunden lang die gäste höhe noch schön ist ja wenn neun oder willst nach ausgangs ausgang und tschüss flinkt sie doch wölf sie eigentlich davor es ist da ein bob ich finde ich auch was mit slot finden und und gift die stiefel habe ich schon ich weiß ja auch nicht was ich habe noch ein viertel ja das bestimmt irgendwann einig ich habe wieder gestanden ist aber genau nach weil so schnell auf ausmacht ist egal alles gut siehst du ja das ist das gelbe schwer ja ach das gelbe schwer muss vier armen pro gegner da haben es auch schon die gott für damen da das wird uns auch schon wieder der ausgang nach wie sind ja auch die richtige unter der ringte aber wir reingegangen hat geblinkt sie muss sich in einer anderen kräfte befinden und schimpfen haben auch schon aus der kruppe also ist die erledigt es lauf des lebens passiv fähigkeit passiv fähigkeit habe ich auch gerade gekriegt ihr level ab leute ich brauche ein bisschen gleich mal einstellen aber nichts ist nichts schönes dabei bei mir jetzt jetzt sind die ein schaden der von euch noch die in der leute umfussten was ist das wenn ein gegnerinhalb von 20 metern stirbt besteht ein zombie und automatisch erscheint ok nicht toll weiß ich wieder nach hier rumlaufen der pech hat mich aber auch noch nie gehabt dass wir alle krypten hier durchsuchen müssen und habe ich meistens bei der ersten oder maximal bei der zweiten glaube ich war es letztes mal ich muss gestehen ich habe das immer gemacht dass ich trotzdem durch die durchgegangen bin du habe ich nicht gemacht hier sind immer champion packs drin in jeder halte ich aber endlich die stufe zehn nation dankeschön weil stufe 11 abräuber umbringen ich weiß gerade wo wir uns sagen müssen müssen die amazon aus diablo 2 und dafür gibt es den dämonenjäger und gold auf die hunde kommen der kasse ist auf den hund gekommen einer folge was bringt er denn es wird gleich nicht drei zombie hunde ohne die fertigkeit zombie hunde beschwören zu nutzen so geht das ich sehe schon ich muss jede klasse machen um die erfolge zu kriegen da noch die hardcore erfolge die mutter die kohop erfolge nach dem champ müssen wir eine kleine pause machen ein teleporter hilft ihm auch nicht so leute ja so dann machen wir erst mal ein päuschen abwartet die sind gerade rausgekrabbelt auch da kommen noch eine scheiße jetzt so dann vielen dank fürs zuschauen tschüss 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 tschüss